Das ist eben ein Riesenunterschied, ob man barfuß laufen muss oder ob man barfuß laufen kann. So drückt es Wolfgang Hüden aus, der seit fast zehn Jahren Barfußgänger ist. Hallo, ich bin Claudia Röttger und herzlich willkommen bei meinem Podcast Einmal täglich Glück. Einmal täglich eine Pille Glück schlucken, das klappt leider nicht, das weiß ich als Apothekerin und das weiß ich auch als Journalistin, denn glücklich sein hängt von ganz verschiedenen Faktoren ab. In diesem Podcast mache ich mich auf die Suche nach Antworten, wie man sein Glück findet. Da spreche ich mit ganz unterschiedlichen Menschen, die auch sehr eigene, individuelle Antworten darauf haben und ihre Glücksgeschichte erzählen und vielleicht ist die eine oder andere Geschichte oder Idee auch für Sie dabei. Einmal täglich Glück Ein Podcast von gesundheit-hören.de Und der Apotheken Umschau Ich spreche heute mit Wolfgang Hüden. Er geht seit nunmehr fast zehn Jahren barfuß und zwar nicht nur am Strand oder zu Hause. Er geht auch barfuß in die Stadt, ins Konzert und selbst in Sternerestaurants. Ganz im Gegensatz zu seinem Beruf als EU-Beamter, in dem Konventionen durchaus wichtig waren. Gemeinsam mit seiner Partnerin betreibt er einen Blog, um über das Barfußgehen zu informieren. Hallo Herr Hüden. Hallo Frau Röttger, ich freue mich. Herr Hüden, Sie als Barfußgänger, jetzt muss ich fragen, sind Sie gerade barfuß? Ich bin gerade barfuß, ja. Ich bin eigentlich zu Hause immer barfuß. Das heißt, also zu Hause auf jeden Fall, aber auch beim Wandern, beim Essen gehen, wenn Sie einkaufen gehen? Ja, ich lebe barfuß. Das sage ich immer zu allen Leuten, die mich fragen. Und meistens kommt dann auch die Frage, auch im Winter? Und dann sage ich, ja, auch im Winter. Und solange es nicht friert und solange kein Schnee liegt und weil bei mir liegt die Grenze ungefähr beim Gefrierpunkt, wo ich sage, nee, jetzt macht es keinen Spaß mehr. Und wenn Schnee liegt, dann wird es sogar gefährlich. Dann gibt es das Problem, dass natürlich Haut absterben kann, dass sich Frostbeulen bilden. Ich habe das alles schon ausprobiert und muss sagen, das muss ich also nicht nochmal haben. Wann hatten Sie denn das allerletzte Mal Schuhe an? Das würde mich jetzt interessieren. Ihre Füße werden das gar nicht mehr gewöhnt sein. Heute. Heute? Heute Morgen. Also ich habe ein wenig zur Vorbereitung auf unser Podcastgespräch eine Wanderung unternommen hier in unseren Bergen. Ich wohne ja im Allgäu. Und da habe ich mir bewusst Schuhe angezogen, um nachdenken zu können, um nicht abgelenkt zu sein. Denn wenn man barfuß läuft, das ist eigentlich sonst ein Vorteil, ist man im Hier und Jetzt. Das heißt, man muss aufpassen auf den Weg. Man muss sich konzentrieren. Man will ja auch etwas spüren. Man will hinspüren und genießen. Und wenn man nachdenken möchte und möchte nicht abgelenkt sein, dann ist das Barfußlaufen eigentlich gar nichts. Was haben Ihre Füße denn für Botschaften gesendet danach? Die Füße, ja, die haben natürlich geschrien. Was heißt das? Die wollten wieder frei sein. Ich habe ein kleines Schweißfußproblem schon seit längerer Zeit. Oder eigentlich immer schon. Im Prinzip fühlen sich die Füße eingesperrt, wenn sie es gewöhnt sind, frei zu sein und schreien. Ja, lass mich frei. Lass mich raus. Wir wollen nicht mehr gefangen sein. Lass mich hier raus. Dieses Barfußgehen haben Sie, glaube ich, vor zehn Jahren irgendwann mal an der Nordsee entdeckt. So ist es. Wie war das? Erzählen Sie mal. Also ich bin immer schon gerne barfuß gelaufen. Aber so wie alle Menschen im Garten, an der See, am Strand, im Freibad, wie es alle machen. Und da habe ich einen Urlaub an der Nordsee gemacht und habe auch eine dieser berühmten Badwanderungen gebucht. Und war am Anfang und habe mich da gefreut. Ah, da kannst du wirklich mal über eine lange Strecke barfuß laufen. Ich habe mir schon vorgestellt, wie der Schlamm zwischen den Zähnen durchquillt und all diese schönen, lustigen Dinge. Und dann las ich aber mit den Sätzen auf der Webseite dieses Veranstalters, das war die Wattwanderung von Festland nach Baltrum rüber, dass auf der Wanderung Schuhe vorgeschrieben sind. Sie hatten wahrscheinlich gar keine dabei, nehme ich an. Doch, da hatte ich welche dabei. Allerdings nicht die, die gefordert waren. Es waren also gefordert so irgendwelche Turnschuhe oder irgendwas, was man im Wasser tragen kann und was einem nicht sofort vom Fuß rutscht, wenn man also in tiefen Schlangen einsinkt. Ich habe dann den Wattwanderführer nochmal gefragt und angebettelt, wie ist das denn, kann ich nicht doch barfuß laufen? Und er sagte, nein, hier haben wir seit einiger Zeit die pazifische Auster. Die hat sich irgendwo befreit aus einer Austernzucht vor Sylt. Hat sich im ganzen Watt verbreitet. Ist riesengroß, hat messerscharfe Kanten. Und wenn Sie, guter Mann, da hineintreten, dann schneiden Sie sich die Füße auf und ich habe ein Problem. Sie auch. Ich habe ein bisschen nachgesucht nach dieser Wattwanderung, wie das denn so eigentlich ist mit diesen Austern und dem Barfußlaufen und so weiter und stieß immer wieder auf ein Barfußforum. Und da habe ich dann auch gefunden, ja, ja, das ist tatsächlich gefährlich auf dieser speziellen Wattwanderung. Und ich deckte in diesem Fassforum auch, dass da Leute sind, die tatsächlich immer barfuß laufen. Und das war eine spannende Sache. Also nicht nur in der Natur oder jetzt im Watt, sondern auch im Kino, in Geschäften, im Restaurant, überall. Und dann dachte ich, mein Gott, was sind das denn für Spinner? Ja, das war meine erste Reaktion. Wie war denn das in der Öffentlichkeit tatsächlich barfuß irgendwann unterwegs zu sein? Das war eine große Überraschung. Also ich habe meine ersten, ich habe das ganz langsam gestartet, Schrittchen für Schrittchen. Also ich habe ganz einsam begonnen. Erstmal habe ich mich nachts um Mitternacht, habe ich mich aus dem Haus geschlichen abends, habe einen großen Abstand von den Straßenlaternen gehalten und bin über einen dunklen Feldweg gelaufen, um das das erste Mal auszuprobieren und fand das erstmal fabelhaft und fand, Mensch, tolle Sache. Und dann haben Sie sich aber irgendwann doch auch mal ans Tageslicht getraut. Ich habe mich dann in ein Waldstück getraut, wo es keine Menschen gab. Und da plötzlich begegnen mir doch noch Menschen in der Entfernung. Wir kamen ja, das Gespräch ging ja zum Thema, was machen eigentlich Leute, wie reagieren Leute. Und da war also ein junges Pärchen in der Entfernung. Und ich dachte schon, oh Gott, oh Gott, ich fühlte mich, als wäre ich nackt gewesen. Ja, gut, es war zu spät, die Schuhe anzuziehen. Und ich habe mich also dann ins Unvermeidliche gestürzt. Die neue Leute kamen näher und was war? Sie strahlten mich an. Es war unfassbar. Also die strahlten mich an und ich merkte schon, Mensch, da ist was ganz Positives passiert. Trotzdem sollten manche Menschen nicht barfuß laufen. Richtig. Zum Beispiel Menschen mit Diabetes, weil das Verletzungsrisiko für sie einfach zu groß ist. Hatten Sie schon mal eine Verletzung am Fuß? Ganz zu Anfang, ja. Ich habe mich also immer mehr getraut, bin relativ schnell eine ziemlich lange Strecke gelaufen. Das war so bei 9 Grad. Ich habe also im Herbst angefangen, bin bei 9 Grad plus bei feuchten Bedingungen über eine sehr barfußfreundliche Strecke durch den Wald gelaufen und hatte am Ende Blutblasen an den Füßen. Das habe ich erst gar nicht gemerkt, aber im Auto fing es furchtbar an zu brennen und der Grund war ganz einfach. Ich habe zu schnell zu viel versucht. Sie haben jetzt gesagt, Sie sind zu Hause barfuß. Das kann, glaube ich, jeder, der jetzt zuhört, gut verstehen. Zu Hause legt man die Füße hoch, da läuft man, da ist man intim. Da ist das einfach eine Wohlfühlzone so für jeden. Wie ist das im Job? Waren Sie denn damals bei der EU manchmal auch im Anzug und barfuß irgendwie unterwegs? Im Geheimen. Nein, natürlich, offiziell ging das natürlich nicht. Also das ist eine große Behörde mit vielen, teilweise recht wichtigen Besuchern. Da kann man natürlich nicht, da muss man den Konventionen genügen und natürlich mit Schuhen herumlaufen. Was ich mir gekauft hatte, waren Slipper, die ich recht leicht vom Fuß lösen konnte, unterm Schreibtisch, ohne dass es jemand sah. Also wenn jemand ins Büro kam, konnte ich, also die habe ich dann natürlich unterm Schreibtisch ausgezogen. Und wenn jemand ins Büro kam, habe ich sie schnell wieder angezogen. Heute tragen ja viele gerade so Startups und junge Leute tragen Sneakers. Also die sind auch nicht in Lederschuhen unterwegs, weil die wahrscheinlich unbequem sind, sondern sind in Sneakers unterwegs im Beruf. Wäre das eine Alternative gewesen? Hätte es das damals schon gegeben? Nein, also das war nur wirklich, die EU-Kommission ist sehr, sehr konservativ. Also Sneakers, das kann sich der Kommissar erlauben, aber nicht jemand, der für den Kommissar arbeitet, so wie ich damals. Also ist es bei Ihnen auch der Mut, zu etwas Neuem in einer Konvention zu brechen, Schuhe wegzuwerfen und zu sagen, ich brauche das alles nicht mehr? Ist es dieses Mutigsein, was Sie so glücklich macht? Ja, auch. Aber es ist sicherlich ein Aspekt. Aber ich bin jetzt eigentlich nicht so der große Rebell, der jetzt nach vorne stürzt und sagt, ich muss dies und jenes machen. Und es ist mir jetzt egal, was die Leute sagen, sondern ich komme eigentlich zu der Überzeugung, ich möchte das jetzt. Das ist gut für mich und ich möchte das und deshalb tue ich das jetzt für mich. Herr Hilden, Sie und Ihre neue Partnerin, die betreiben gemeinsam eine Website, wo Sie Blog-Einträge machen und so weiter und darüber informieren und Tipps geben, wie das geht mit dem Barfußlaufen. Und da bekommen Sie ziemlich viel positives Feedback, haben Sie erzählt. Richtig, ja. Also das war ein Blog, der anfing tatsächlich so, wie ein Blog gemeint ist, nämlich als Blog meiner Partnerin über ihre täglichen Erlebnisse, nachdem sie eingestiegen war ins Barfußlaufen. Und dann nach einem Jahr kam ich dazu. Wir haben uns kennengelernt und da ich recht gern schreibe, habe ich dann auch angefangen, für diesen Blog zu schreiben. Und wir haben das dann zusammen weiter ausgebaut zu einer Informationsseite mit Rundum-Informationen zu allen Themen, die das Barfußlaufen ausmacht. Aber im Wesentlichen ist das eine Hilfestellung für Leute, die sich schon getraut haben, die das machen, die feststellen, was für eine tolle Sache das ist. Und da erreichen uns tatsächlich auch viele, viele dankbare E-Mails, die sagen, mein Gott, was habt ihr uns geholfen? Und wir finden das toll, wie pragmatisch ihr daran geht und wie undogmatisch ihr das Ganze vermittelt. Da haben sich zwei getroffen, offenbar. Können Sie sich überhaupt vorstellen, mit einer Frau zusammen zu sein, die mit High Heels abends auf eine Veranstaltung möchte und sagt, das sind jetzt meine neuen Schuhe, auf die will ich ja gar nicht verzichten? Damit hätte ich kein Problem, nein. Sie darf allerdings kein Problem damit haben, dass ich auf der gleichen Veranstaltung barfuß auftauche. Wobei ich auch da sicherlich Kompromisse machen würde. Ich hatte zum Beispiel selber die große Frage an mich, ich habe die auch am Anfang anders beantwortet, wie ist das eigentlich zum Beispiel in Sternerestaurants? Das ist ja nur ein Platz, wo man hingeht, um halt etwas zu feiern oder um besonders zu genießen. Und da war für mich die Antwort auf die Frage, nein, denn bei Sternerestaurants geht man natürlich nicht barfuß. Aber irgendwann war der Druck dann doch da und auch natürlich die Neugier und ich habe mich gefragt, naja, jetzt will ich aber doch mal wissen, wie das so in Sternerestaurants so ist. Und bin tatsächlich barfuß, mit Herzklopfen in so ein Sternerestaurant gegangen. Es hatte einen Stern, noch nicht mehr. Und es war unglaublich überraschend. Es war im Winter und erst mal sagte niemand irgendetwas. Ich wurde bedient, wie immer. Nur ganz zum Schluss, als wir wieder das Lokal verließen und man uns in die Mäntel half, da kam dann doch die Chefin und wollte wirklich ganz neugierig wissen, wie das Ding jetzt ist mit dem Barfußlaufen. Und fand das unglaublich spannend und toll und verabschiedete mich mit den Worten, sie waren heute unser Held des Abends. Und ich war noch oft, noch öfter, nicht oft, aber öfter in Sternelokalen und es war immer völlig problemlos. Das stelle ich mir gerade vor, barfuß im Sternelokal. Aber barfuß gehen ist für Sie aber auch ganz nah zur Natur zu kommen. Richtig. Also die Natur, das merkt man halt, wenn man halt durch den Wald läuft. Man spürt Dinge, die hat man früher nicht gespürt. Tannennadeln, Moos, aber auch dann mal wieder Steine, die dann ein bisschen Stress auslösen, der aber nach Ansicht von Ärzten und Wissenschaftlern auch wieder glücksproduzierend ist. Ein wenig Stress ist gar nicht mal so schlecht, um danach sich wieder toll zu fühlen. Und offensichtlich braucht der Körper Stress. Und das hat man alles zusammen, wenn man also durch die Natur läuft. Dazu hört man, wenn man barfuß läuft, werden auch die Wahrnehmungen der anderen Sinne geschärft. Man hört, dadurch, dass man bewusst im Hier und Jetzt ist, hört man plötzlich Vogelgesang wieder viel deutlicher als vorher. Man hört, man nimmt Gerüche wahr, Geräusche und so weiter. Interessant ist auch, die Tiere bemerken einen nicht. Mir ist das öfter passiert, dass ich an einem Reh vorbeigelaufen bin, ohne dass mich das bemerkt hat. Also gar nicht so weit weg. Das stand vielleicht zehn Meter weiter und es hat nichts mitgekriegt. War dann furchtbar erschrocken, dass es mich gesehen hat. Das passiert mir auch in den Bergen mit Gämsen und so weiter. Also immer wieder bemerken ein Tiere nicht. Das ist eine tolle Sache irgendwo. Manche Menschen in der Welt können sich aber Schuhe gar nicht leisten. Fühlen Sie sich denen auch solidarisch? Also ich war ja in letzter Zeit, also barfuß war ich noch nie irgendwo jetzt in einem Land, wo Menschen barfuß laufen müssen. Das war ich früher. Als ich mit dem Rucksack unterwegs war, habe ich viele Menschen getroffen, die barfuß unterwegs waren. Vor allem in Nepal ist mir das sehr aufgefallen, wo ich etwas intensiver unterwegs war. Und da kamen auch öfter mal Kinder zu mir und zeigten mir ihre verletzten Füße und entzündeten Füße und hofften auf irgendein Heilmittel aus meinem Rucksack. Und damals fiel mir halt auf, es ist eben ein Riesenunterschied. Und auch heute wieder fällt mir das auf, es ist eben ein Riesenunterschied, ob man barfuß laufen muss oder ob man barfuß laufen kann. Dieses Gefühl von Urkraft und wieder zurück zu den Wurzeln zu gehen, im wahrsten Sinne des Wortes, das ist das, was Sie glücklich macht. Wenn Sie jetzt Ihrem jüngeren Ich einen Tipp geben sollten, wie das eigentlich funktioniert mit dem Glück, würden Sie ihm tatsächlich, sagen Sie die Schuhe aus oder was würden Sie ihm sagen? Ich würde sagen, probiere immer wieder was Neues aus, genieße die tollen, glücklichen Momente und sei dankbar dafür. Vielen Dank, Herr Hilden, für das Gespräch. Und ich werde heute Abend meine Füße sicher mit einem anderen Auge anblicken. Vielen Dank. Das habe ich sehr gerne gemacht. Das hat mir auch einen Riesenspaß gemacht. Herzlichen Dank für die Einladung. Einmal täglich Glück. Ein Podcast von gesundheit-hören.de und der Apotheken Umschau.